Hi, wie versprochen gibt es heute ein Video und zwar ein Baby-Kleinkind-Must-Have-Video. Ich habe ja nun zwei Babys, das eine wird im Hintergrund gerade gefüttert, falls ihr immer mal ein Tönchen hört, dann geht es nicht schnell genug. Ich habe mich jetzt hingesetzt und überlegt, was sind die Dinge, die ich definitiv jeder werdenden Mama empfehlen kann. Und aus Erfahrung habe ich jetzt ein paar wichtigste Dinge rausgesucht. Ich fange an mit dem, was ich jetzt hier nicht so liegen habe, weil es ein bisschen größer ist, und zwar der Rainforest. Es ist so ein Spielbogen, würde ich es nennen, und wahrscheinlich auch der bekannteste. Den hatten wir bei Pia und den haben wir auch jetzt wieder. Und er ist einfach nur Gold wert, weil er die Kinder für eine gewisse Zeit schön beschäftigt. Jetzt habe ich schon viele Sachen gehört, dass die Eltern sich dagegen entschieden haben, weil die Kinder reizüberflutet sind. Das stelle ich bei Katie auch fest, aber ihr könnt das selber entscheiden. Wie viel ihr an diesen Rainforest baumelt, also ich blende jetzt hier mal was ein. Das ist er jetzt, der Rainforest. Da könnt ihr euch halt, wie ihr wollt, an diese Ösen verschiedene Spielsachen dranhängen. Ihr könnt das selber entscheiden, wie viel Spiel sich ihr da dran macht. Umso mehr Spiel sich dran ist, umso verwirrter sind die Kinder. Ihr könnt entscheiden, ob ihr die Musik an- oder auslasst. Also ihr könnt das den Bespaßungsgrad selber bestimmen. Ich finde ihn gut und ich finde, er ist sein Geld wert. Und man kann die Kinder halt von Anfang an drunter legen. Aber jetzt so richtig, jetzt so richtig, würde ich sagen, so mit vier Monaten, da geht es richtig vorwärts. Er ist auf jeden Fall sein Geld wert. Das nächste ist dieses Kopf-Hebe-Übe-Kissen, so ein Bauch-Kissen, wo der die Kinder halt so reinlegt. Das hatte ich bei Pia nicht, aber bei Katie. Der Papa macht einfach nicht schnell genug hier im Hintergrund. Und das war wirklich gut, weil auch Pia nicht, wie Katie, nicht so gern auf dem Bauch lacht, dass es ihr halt schnell zu langweilig oder zu anstrengt, keine Ahnung. Und so werden die Kinder abgelenkt, weil die halt die ganze Zeit zu spielen haben. Das ist dieses Kissen. Hier legt ihr das Kind halt auf den Bauch drauf. Und man kann es mit den Händen versuchen, ihr Köpfchen zu heben und zu spielen. Und hier sind auch verschiedene Ösen, wo man Spielzeug dran machen kann. Und das war sehr günstig. Ich verlinke übrigens, was ich so noch finde, in der Info-Rox. Sorry, für die Räuschelisse. Dann habe ich definitiv was rausgesucht. Stellvertretend jetzt nicht unbedingt das. Ein Schnuffeltuch. Pia hat von Anfang von Baby an ihre Minimaus, wo auch so ein Schnuffeltuch dran ist. Und sie kann nicht ohne. Sie ist fünf. Sie schläft immer noch mit diesem Schnuffeltuch. Und Katie habe ich von Anfang an das hier reingelegt. Einfach so, dass sie, egal wo die schlafen, immer eins haben, was so ein bisschen zu Hause ist. Gerade die ganz Kleinen, die verbinden ja Gerüche ganz viel mit Mama und mit Papa. Und das Ding, das war auch schon in der Schwangerschaft bei uns im Bett. Das riecht also definitiv nach Mama. Mittlerweile habe ich es auch mal gewaschen. Am Anfang nicht, weil ja halt der Geruch dann weg ist. Aber sowas, das kostet auch nicht viel, denn das braucht ihr. Und außerdem ist das so ein Herzensding, so ein Erinnerungsding. Manchmal legt Pia zum Beispiel ihre Mini beim Schlafen weg. Und dann sind Mama und Papa immer total traurig. Weil wir denken, das ist doch deine Mini. Du bist doch nicht so groß für die. Die war doch schon vom Baby an im Bett. Die brauchst du. Also Mama und Papa. Ja, ein Schnüffelduch. Dann hier was. Ja, wir müssen drüber sprechen. Eltern sind gegenüber sämtlichen Körperflüssigkeiten und Ausschaltungen irgendwann abgehärtet. Das ist ein Nasensauger. Ich finde, den braucht man. Also es ist kein Schnüpfen- oder Portelsauger, sondern ein Nasensauger. Für alles, was in dieser Nase abgeht. Also ein Nasensauger, ich weiß gar nicht, was er gekostet hat, aber es ist definitiv der von Pia. Den habe ich halt ein paar Mal ausgekocht. Dann geht das klar. Also bei Schnupfen, gerade bis zu zwei Jahren, finde ich das Ding mega wichtig. So, ich habe jetzt kurze Unterbrechung machen müssen. Jetzt ist das Kind fertig mit Essen. Jetzt haben wir hier eine ungestörte Kulisse. Und als nächstes. Der Opa. Wer kennt es nicht? Der ist von Pia. Der sieht auch schon so aus. Der ging damals schon mega gut. Der raschelt, der ist leicht, der ist biegsam. Wenn die sich den, ne, gegen den Kopf, das tut nicht weh. Der ist nicht schwer. Der ist günstig. Du kannst den in Sterilisator, in Abkochdingens machen. Du kannst den abwaschen. Das ist perfekt. Den haben wir jetzt für Katie neu dazu gekriegt. Von der Oma mit Brosch. Der ist ein bisschen schwerer. Na, und ein bisschen härter, aber auch schön. Also definitiv für Define Motorik oder Grob Motorik geht auch. Die sind zu verstauen in jeder Wickeltasche. Die sind ein absolutes Must-Have. Dann habe ich hier was. Das habe ich schon ein paar Mal bei Instagram gezeigt. Ein Baby Diary. Das hatte ich nun bei Pia nicht, aber sowas ähnliches. Das Buch ging von der Schwangerschaft bis so das erste, zweite Lebensjahr. Und ich finde das als Erinnerung so wichtig. So, so wichtig. Weil, ne, wir wissen es. Gerade die Stillmamis. Man vergisst alles und viel. Hier kannst du halt, es ist wie diese Milestone-Korten, nur als Buch. Ganz viel Eintrag geordnet. Ich suche mal was raus. So, hier zum Beispiel die Geburtsdaten alle. Welcher Wochentag es war, welches Sternzeichen, ersten Familienfotos. Was von Namen in Frage gekommen wären. Wäre es jetzt ein Junge geworden oder ein Mädchen. Stammbaum, das müsste ich mal ausfüllen. Dann, hier finde ich auch mega interessant, diese Gewichtskurven und diese Wachstumskurven. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Okay, die liegt dezent in der Größe und im Gewicht. Über der Norm. Dezent. Wann es den ersten Freigart, wann sie sich gedreht hat. Ich finde das Buch so, so schön. Ich mache auch das so Spaß, dort was einzutragen. Ganz hinten die jeweiligen Wochen. Zu jeder Woche könnt ihr reinschreiben, was das Kind neu gelernt hat, was da gerade los war, was aktuell war. Wenn ich mir das in zehn Jahren angucke, ich sehe mich schon sitzen. Ja, ja, weißt du noch. Dies habe ich aus dem Davanda-Shop. Der ja ist natürlich unten verlinkt. Zwei Haushalts-Mama-Tipps. Das halbe Leben als Mutti besteht aus Haushalt. Kochen, putzen, waschen, einkaufen. Das hier. Das hatten wir bei Pia schon. Und das haben wir auch jetzt wieder stehen. Ein Handhygienedesinfektionsgel für den Wickeltisch. Absolutes Must-Have. Ich habe die auch in klein, in der Wickeltasche oder in der Handtasche. Finde ich gerade ganz, ganz, ganz am Anfang, wenn die Kinder so absolut gar keinen Keim gegenüber resistent sind und wenn wir nur noch null Immunsystem haben, das nimmt keinen Platz weg. Das kostet nicht einen Haufen Geld und es ist furchtbar wichtig, finde ich. Und dann haben wir hier die Geilsalbe. Mein Retter mit so einer Bürste gleich oben dran. Ich nehme die günstige, entweder von Rossmann oder von DM. Flecken. Muttis. Flecken. Und ich rede jetzt nicht von den Breiflecken, weil ich in diesen teilweise selbst die Geilsalbe-Resistenz bin. Das ist so ein Kleinkind. Das ist mein Kind wieder im Hintergrund. Ein Kleinkind must-have, weil bei Baby wohl Kackflecken damit auch die Anzut rausgehen. Weil man es sofort macht. Wenn er die Zeit findet, macht es sofort. Einarbeiten, den Fleck mit dieser Geilsalbe einweichen lassen und ab in die Waschmaschine. Grasflecken. Pia jetzt, mit fünf Jahren. Grasflecken. Draußen Spielplatz. Staub. Blut. Es ist das Ding hier. Wirklich, das ist eins der Dinge, die ich seit Pia da ist immer da habe. Wirklich, die brauche ich. Die brauche ich. Das ist lebenswichtig. Das Gleiche. Nimmt keinen Platz weg. Kostet nicht viel Geld und hilft euch wirklich oft. Wettet euch oft einen Arsch. Wobei es ja nun auch nicht so schlimm ist, wenn man ein Body weggeschmissen werden muss und man einen neuen kaufen muss. Na, das ist ein Schlimmress. Der Katie hat schon wieder... Das zahnende Kind hat schon wieder keine Lust. Eine Feitschmürze hätte ich jetzt hier noch zeigen können. Eine Feitschmürze hat Pia auch gut geholfen gegen das Zahn. Haben wir jetzt auch wieder. Das ist vielleicht auch so ein Master, was ich jetzt spontan hinzufüge. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch so ein, zwei, drei Tipps geben konnte. Guckt in die Infobox. Und Mutti, viel Spaß beim Wäsche waschen, beim Spasen, beim Eintragen von lebenswichtigen Erinnerungen, beim Kuscheln und meinen Poppies entfernen. Es ist, wie es ist, ne? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten. Tschüss. Tschüss.